Hohes Gericht Ich bin Ex-Fallmanager, Integrationsfachkraft, im Jobcenter, SGB II, und habe zuvor auch einige Jahre in einem Sozialamt, gesetzliche Grundlage das BSHG, als Sozialfachkraft gearbeitet. In jungen Jahren war ich allerdings auch selbst schon arbeitslos und habe seinerzeit eine Arbeitsloseninitiative mitbegründet. Seit Jahren bin ich nun scharfer als vier Kritiker. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Coca-Cola-Schnaps enthält. Ebenso sinnvoll und wahr wie dieser Kinderreim ist die Behauptung, die Sanktionen im Hals 4, ALG II Grundlage SGB II, hätten auch nur irgendeine positive Berechtigung oder Legitimation. Diese Kürzungen werden seit Anfang 2005 in Höhe von 10, 30, 60 und 100% auf das Existenzminimum durchgeführt. Welche Wissenschaften und Professionen lassen sich hier im Einzelnen aufführen? Die hier behandelten Geldstrafen in Form von Sanktionen lassen sich klar der schwarzen Pädagogik zu rechnen. Diese wird zudem gegenüber mündigen, erwachsenen Menschen ausgeübt. Kinder sind allerdings dennoch mitbetroffen und mitgeschädigt, wenn sie in den entsprechenden Familien, Bedarfsgemeinschaften genannt, leben. Seit dem Jahr 2000 lautet der § 1631, BGB, Absatz 2 wie folgt. 2. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Für Erwachsene gilt dies anscheinend nicht. Schwarze Pädagogik ist als Konzept und Methode überholt. Fest steht Strafe Sagt nur, was nicht getan werden sollte. Gibt keinerlei Informationen, wie das Gewünschte besser getan werden könnte. Stört und zerstört das Vertrauensverhältnis. Gibt dem Gestraften das Gefühl der Ohnmacht. Und mindert sein Selbstbewusstsein. Wirkt nur, solange der Strafende hinguckt. Erzeugt ein Rachebedürfnis. Führt bestenfalls zum erzwungenen, unmotivierten Gehorsam. Verhindert Einsicht und Eigenmotivation. Etc. Richtig ist, Strafe gibt es in der Gesellschaft. Für Kriminelle. Da ist dann aber auch noch der Faktorschutz der Gesellschaft mit enthalten. Zu argumentieren, der nicht mitwirkende ALG-2-Empfängerhandle gegenüber der Gesellschaft kriminell ist absolut unsinnig. Postskriptum. Übrigens ein Fakt am Rande. Es liegen jetzt Untersuchungen vor, dass die Gruppe der erwerbslosen Menschen im Durchschnitt eine zumindest leicht überdurchschnittliche Arbeitsmotivation hat, gegenüber den anderen Bevölkerungsgruppen. Bevölkerungsgruppen. Psychologie. Es ist leicht einsichtig, dass die Behandlung als Kind, als zu erziehendes Objekt, als Täter und oder Versager negative psychische Effekte bei den Bürgerinnen und Bürgern hervorbringt. Eine Minderung des Selbstwertgefühls, der Eigenmotivation, des Selbstvertrauens, etc. sind übliche Folgen. Zorn, Wut und Hass können im Laufe der Zeit entstehen und die Persönlichkeit prägen. Psychische Erkrankungen werden hervorgerufen oder verstärkt, darunter Suchtkrankheiten, Depressionen, Suizida-Lei-Thiät. Medizin. Psychische Erkrankungen kosten Geld. Das der Krankenkassen, mithin aller Beitragszahlerstern innen. Ebenso ist es auch bei körperlichen Erkrankungen, die oft hiermit verzahnt sind. Eine nicht gesunde Ernährung und gegebenenfalls auch mangelnde Hygiene verstärken diesen Effekt. Der Regelsatz ist ohnehin niedrig, wird er nochmals reduziert oder gar ganz gestrichen, ergeben sich entsprechende negative Folgen im Gesundheitsbereich also quasi zwingend. Ökonomie-Volkswirtschaft. Sanktionen sparen Geld. Mag sein. Volkswirtschaftlich gesehen jedoch wenn überhaupt, dann deutlich weniger, als man denken könnte. Sanktionsgründe müssen festgestellt, dokumentiert und die Sanktion durch die Integrationsfachkraft ausgesprochen werden. Eine Anhörung ist durch den richtenden Sachbearbeiter vorzunehmen. Der Leistungssachbearbeiter muss die Sanktion ein und später wieder ausbuchen. Selbst bei der heutigen, scharfen Gesetzgebung haben noch ca. 40% der Widersprüche und Klagen vor dem Sozialgericht Erfolg, da die Sanktion zu Unrecht erfolgte. Hier entsteht also Maschinenlaufzeit, EDV, etc., Portokosten, Materialverbrauch. Gravierende. Arbeitszeit von Integrationsfachkräften, Leistungssachbearbeitern, Mitarbeitenden der Widerspruchsstelle, Justizbeamten und Richtern muss in hohem Maße investiert werden. Die finanziellen Einbußen der Gesellschaft durch sich verschlechternde Gesundheit wurde bereits erwähnt. Hinzu kommt noch ein Anwachsen von Verzweiflungsthäten und Kleinkriminalität, aus der Nordgeboren. Oft vergessen und von manchen zu Unrecht nicht ernst genommen ist folgende Tatsache. Auch ALG II leistungsberechtigte zahlen Steuern. Nämlich die Mehrwertsteuer. Anders als finanziell besser gestellte Personengruppen, muss der Harzler sein Geld sofort ausgeben, kann es anhand der geringen Höhe nicht sparen, anlegen oder im Ausland in Steueroasen deponieren. Auf Waren und Dienstleistungen wird stets Mehrwertsteuer erhoben. Geld das also augenblicklich zurückfließt in diverse staatliche Kassen. Bei Kürzungen oder Streichungen des ALG II entsprechend weniger, bis hin zu Null. Sanktionen verringern demzufolge auch die Binnennachfrage. Die ALG II-Sanktionen produzieren auch Obdachlose. Diese gelten in Einkaufsstraßen und an ähnlichen Orten als nicht kaufmotivierend. Zudem haben diese ein Anrecht auf ein geringes, tägliches Durchwanderergeld, wenn sie es schaffen persönlich vorzusprechen. Speziell im Winter, sind sie des Nachts zu beherbergen, oder in Notunterkünfte einzuweisen. Auch dies sind Kostenfaktoren. Untersuchungen zeigen, dass Sanktionen selten, und wenn dann nur sehr kurzfristige Wirkungen in Richtung Arbeitsaufnahme zeitigen. Häufig sind das dann auch Stellen, die gesundheitsschädlich und so schlecht bezahlt sind, und, dass der Betreffende es auch damit nicht schafft, zeitweise ganz herauszukommen aus dem ALG II, Aufstocker. Logik Ziel und Aufgabe der Arbeitsagenturen und Jobcenter ist die Besetzung freier Stellen mit möglichst passenden ArbeitnehmersternInnen. Dies soll möglichst nachhaltig geschehen. Es steht außer Zweifel, dass aus eigenem Antrieb motivierte Menschen wesentlich besser, zuverlässiger und nachhaltiger diesen Zweck erfüllen können und auch wirklich erfüllen. Bei Menschen, die körperlich, geistig und seelisch in der Lage dazu sind, können aktuelle fachspezifische Qualifikationsmaßnahmen zum Erfolg beitragen. Diese müssen aber passgenau sein und die Betreffenden sollten auch hierbei von sich aus motiviert sein teilzunehmen. Zwang und Sanktionen stellen exakt das Gegenteil dessen dar. Sehr wichtig in diesem Zusammenhang, das Verhältnis der offenen Stellen zu den verfügbaren Erwerbslosen. Denn dieses schwankt seit etlichen Jahren zwischen 1 zu 5 bis maximal 1 zu 3. Dies sind übrigens die offiziellen, bereits schön gerechneten Zahlen der BA selbstständig. Gibt es offene Stellen, die nicht gemeldet wurden? Ja. Aber es gibt auch solche, die mehrfach gemeldet werden, gern zum Beispiel von Zeitarbeitsfirmen. Und, es gibt auch verfügbare Erwerbslose, die aus Unkenntnis, Unvermögen oder Scham kein ALG II beantragt haben. Und dennoch Arbeit suchen. Sehr negative Schätzungen hinsichtlich des Anteils ernsthaft unwilliger und fauler Erwerbsloser liegen bei ca. 15% der ALG II Berechtigten. Es ist festzustellen, dass selbst dieser Prozentsatz nicht ausreicht. Wünschenswert wäre ein viel höherer. Wenn für jede offene Stelle vier verfügbare Erwerbslose bereitstehen, ist es ein zwingendes Gebot der Logik, sich auf eben die zu konzentrieren, die offenkundig motiviert sind, diese zu bestärken und gegebenenfalls ergänzend zu qualifizieren. Nicht logisch ist es aber, sich den möglicherweise oder offenkundig nicht motivierten Personen mit Strafen und Sanktionen zu nähern. Es gibt schlicht nicht mehr genug gesellschaftlich als solche definierte Arbeit für jeden. Das muss akzeptiert und im praktischen Handeln berücksichtigt werden. Verwaltungswissenschaft Verwaltung soll das jeweils vorgegebene Ziel möglichst effektiv, effizient und korrekt erfüllen. Wie vor dem Gesetz, sind auch vor der Verwaltung alle Menschen Gleich an Rechten und Pflichten Entscheidungen haben sich auf Gesetze und Verwaltungsanordnungen zu stützen, auf nichts Sonstige. Nur Ist das so? Können sie das in diesen Fällen überhaupt? Jemand ist durch Sanktionen zu strafen, wenn er nicht mitwirken will. Aber Wie prüft man Willen? Gar nicht. Das ist nicht annähernd zuverlässig möglich. Sagen muss jeder, dass er mitwirken will. Die Ehrlichkeit dessen ist aber nicht beweisbar. Wie denn auch Wirklich bestraft werden nur die etwas Dummen, oder die in akuten Krisen. Die machen dann schon mal Fehler, die einen aus Unvermögen, die anderen letztlich ebenso unverschuldet. Clevere Betrüger gibt es. Obwohl maximal 416 Euro minus Stromkosten ja eigentlich nicht wirklich einen großen Aufwand lohnen. Diese Menschen gibt es in jedem Sozialsystem. Dafür brauchten wir kein neues, welches in der Tat alle drangsaliert, gängelt und unwürdig behandelt. Ein Cleverer wird nie zu spät zu einer Vorstellung kommen. Aber ganz knapp in der Zeit. Er wird eher desinteressiert schauen. Seine erste eigene Frage wird nach dem Gehalt sein. Seine Kleidung wird nicht zerlumpt sein, aber auch nicht wirklich weit davon entfernt? Vorstellungsgespräch wahrgenommen. Stelle nicht bekommen. Keine Sanktion. Ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Noch einmal, das können wir mit dem SGB II den Sanktionen nicht verhindern. Das konnten wir vorher mit dem BSHG nicht verhindern. Könnte man das überhaupt? Vielleicht. Aber der Preis wäre viel zu hoch. Arbeitslager und Co. lassen grüßen. Heil irgendwer? Wir kennen das. Möchte das jemand? Wollen und können eines anderen Menschen, das ist für einen wirklichen und gut qualifizierten Fallmanager wie mich halbwegs, sicher zu unterscheiden. Nach etlicher Zeit und so einigen Gesprächen. Versprochen waren uns 2000 und die vier circa 75 zu beratende Menschen. So war es auch konzipiert und strukturiert. Aufgehört habe ich mit 436 Kunden. Gut, manche Kolleg-SternInnen haben ja auch nur 300 Kunden oder ähnlich. Aber, qualifizierte Jobcenter-Mitarbeiter-SternInnen gibt es immer weniger. Berufsanfänger, solche mit Zeitverträgen, Quereinsteiger, Halbtagsbeschäftigte mit vager Aussicht auf Vollzeit, und ähnliche. Und es zählt vor Ort, die Statistik. Nichts Sonstige. Gar nichts. Und noch ein Satz, nicht wollen schließt nicht können nicht aus. Nur auf Letzteres kommt es aber an. BA und Jobcenter sind keine moralischen Anstalten, Gesinnungen und Meinungen können und dürfen nicht mit empfindlichen Geldstrafen belegt werden. Heißt, wenn ich für jemanden der vor mir steht kein Angebot habe, das er auch ausführen kann, ist es völlig egal, ob er mir ins Gesicht sagt, er wolle dieses und jenes ja auch gar nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Es hat, wie gesagt, mit Regeln, Recht und Gesetz zu tun. Ethik-Moral Der ALG-2-Regelsatz ist sehr knapp bemessen. Dass er zum Nachteil der Menschen nicht korrekt berechnet wurde, konstatieren nicht wenige Fachorganisationen. Dieser Regelsatz wurde gesetzlich als Existenzminimum definiert. Es widerspricht jeglicher Ethik und Moral, dieses Minimum durch einfache SachbearbeitersternInnen um 10 bis 100 Prozent kürzen zu lassen. Dies möglich zu machen, zu dulden und anzuordnen, ist ein vorsätzlich unethisches und unmoralisches Verhalten. Nichts Sonstige. Am 1. Januar 2005 gab es keine graduelle Variation oder Verschärfung der Gesetzgebung in Hinsicht auf ALG-Alhi-SH. Das SGB II war ein kompletter Paradigmen-Wechsel. Der Sozialstaat wurde in dem Punkt de facto abgeschafft. Es werden hier sehr tiefe Ebenen berührt. Das Menschenbild Ist es ethisch vertretbar, Menschen in Element eher not Hilfe zu verweigern, wenn sie einem nicht willfährig sind? Ist es in Ordnung und moralisch zulässig, an einem Minimum gravierende Abstriche zu machen, bei nicht bewiesenem und nicht strikt belegtem Wohlverhalten? Akteur ist hier der Staat. Also der Diener der Bevölkerung. Wie sieht es da mit seiner Fürsorgepflicht aus? Wie sieht es mit dem Vertrag zwischen ihm und den BürgersternInnen aus? Wird dieser durch solch ein Handeln nicht unterminiert, beschädigt, geschändet? Rechtswissenschaft Jury SPR UDN Die Verfassungsmäßigkeit der Hals-IV-Sanktionen wird seit Jahren von Betroffenen und Fachorganisationen angezweifelt. Eine Verfassungsklage ist jedoch wesentlich schwieriger und vor allem langwieriger, als man sich vorstellt. Es gibt mittlerweile nun diesen zweiten ernsthaften Versuch, so weit vorzudringen. Eine gute und humane Entscheidung wird erhofft. Jobcenter stellen in Deutschland in gewisser Weise eine Sonderrechtszone dar. Etwas, das es eigentlich nicht geben dürfte. Der einfache Sachbearbeiter ist Ankläger, Richter und Vollstrecker in einem. Geldstrafen aber darf eigentlich nur ein Gericht aussprechen. Zudem sind diese Geldstrafen hier nicht selten existenzgefährdend. Selbst bei der heutigen, scharfen Gesetzgebung, haben noch ca. 40% der Widersprüche und Klagen vor dem Sozialgericht Erfolg. Falls es nicht klar ist, was das wirklich heißt, in fast der Hälfte der Fälle wurden Fehler gemacht, wurden Kundenleistungen vorenthalten, recht falsch angewandt, Sanktionen zu Unrecht verhängt. Wer in Arbeit steht sollte sich einmal fragen, kann ich mir dort eine Fehlerquote von 40% erlauben? Und hier geht es um die Schicksale von Menschen? Um ihr Überleben zum Teil? Ist dies alles recht? Entspricht dies alles dem Geist des Grundgesetzes, dem Geist der Sozialgesetzgebung? Nein. Das tut es nicht. Gerechtigkeit und Gerechtigkeitsempfinden Recht und Gerechtigkeit oder Gerechtigkeitsempfinden sind nicht immer dasselbe. Allzu oft hört man auch von sonst intelligenten und sozial eingestellten Menschen Sätze wie Da muss man halt auch mal einen Job annehmen, der einem nicht so gefällt. Ich muss doch schließlich auch jeden Tag etwas leisten. Dies auch gern von Selbstständigen. Oder, wenn ich einen besser bezahlten Job will, muss ich halt etwas dafür tun. Zu einigen Aspekten dieser Fragestellungen muss hier nichts mehr wiederholt werden. Es ergibt sich klar aus den Schilderungen weiter oben. Zum letzten der drei Zitate eben, antwortete ich kürzlich jemandem folgendes. Zitat Wenn ich einen besser bezahlten Job will, muss ich halt etwas dafür tun. Ah ja. Das sagen Sie mal einem, der gesundheitlich nur noch drei Stunden täglich leichte Arbeit verrichten kann und darf. Das sagen Sie mal der jungen Witwe oder verlassenen Frau mit zwei Kindern. Das sagen Sie bitte auch Menschen über 55 Jahren, deren Firma sich ins Ausland verlegt hat, oder die Pleite ging. Das sagen Sie motivierten Flüchtlingen, die dann nach einiger Zeit arbeiten dürfen und müssen, deren Abschlüsse im Ausland aber nicht anerkannt werden, oder denen diese Unterlagen verloren gingen, auf der Flucht. Und bei denen auch noch Sprachprobleme nicht völlig kompensiert sind. Sagen Sie es Menschen in schweren sozialen Krisen, vom schlagenden Ehemann terrorisierten Frauen, den nahen Angehörigen von Schwerstalkoholikern, sagen Sie es pflegenden Angehörigen langsam sterbender Verwandter. Und einigen anderen. Gehen Sie hin, hin zu diesen, Ihren Mitmenschen. Sagen Sie es, brüllen Sie es Ihnen ins Gesicht, ihr müsst halt was dafür tun. Und möglichst noch lauter, jeder ist doch seines Glückes Schmied. Ist diese Art von Gerechtigkeit ein wünschenswerter Zustand für unser glorreiches Land? Für einen Sozialstaat? Für ein reiches Land? Ich sage absolut, nein. Und bin damit fernab der Betrachtung des Menschen als Ersatzteil für die Industrie, fernab der puren Spekulationen hochgestellter. Theoretiker am grünen Tisch, fernab eines abstrakten Gerechtigkeitsbegriffes, der sich in der Praxis in sein pures Gegenteil verkehrt. Staatsräson Der Begriff der Staatsräson, bedeutet das Streben nach Sicherheit und Selbstbehauptung des Staates mit beliebigen Mitteln. Die Idee der Staatsräson, sieht den Staat als mindestens ebenbürtig zu, wenn nicht hörwertig gegenüber einem Menschen an, so dass es nach dieser Philosophie im Falle von Konflikten zu Entscheidungen kommen kann, die den abstrakten Staat bevorteilen, konkrete Menschen aber benachteiligen. Quelle Wikipedia Gemeint ist hier schlicht Folgendes, war der Staat eventuell gezwungen, die Sozialgesetzgebung Anfang 2005 in der Art gravierender Form zu beschneiden? War seine, materielle, Existenz in großer Gefahr, war es vielleicht ökonomisch unausweichlich? Wie man aus allen Quellen entnehmen kann, ist die wirtschaftliche Lage heute keineswegs schlecht. Aber auch 2004 war sie das nicht wirklich, wenn man alle Gegebenheiten berücksichtigt. Einige Beispiele Deutschland stand und steht hinsichtlich aller materiellen und wirtschaftlichen Parameter hoch in den Top Ten, von über 200 Staaten auf der Welt. Genauer gesagt auf Platz 5 bis 6 Deutschland leistet sich in vielen, unterschiedlichen Bereichen enormen Luxus, Gebäudeprojekte, Manager, Steuerflüchtlinge, Rüstung, etc. Steuern für Reiche und Sub-Reiche werden seit etlichen Jahren immer wieder abgesenkt. Der Spitzensteuersatz sank in den Jahren seit Helmut Kohl ebenso immer weiter ab. Speziell in den Jobcentern Werden Unsummen in groteske, praxisferne EDV und Controlling-Systeme investiert und hiermit schier aberwitzige Dokumentationspflichten für die MitarbeitersternInnen verknüpft? Wird willfährig den Ansprüchen der Maßnahmeträger-Lobby nachgegeben? Werden auch reine Mitnahmeprämien bei Einstellungen für Firmen als geeignetes Instrument der Hilfe angesehen und verordnet? Die Liste ist leider fortführbar. Hals 4 muss weg. Nieder mit den Sanktionen. Anhang. Exkurs zu den Sanktionsgründen. Es sind Akademiker unter den ALG 4 leistungsberechtigten, ehemals erfolgreiche Selbstständige, Menschen mit Meisterbrief, Menschen mit Jahrzehnten Berufserfahrung, Menschen, die unverschuldet nie eine objektive Chance hatten, viele soziale, engagierte Menschen mit hohem Anstand und oder hoher Kreativität. Schicksalsschläge, Firmapleite, Firma ins Ausland verlegt. Zu alt, zu krank. Abgeschrieben, weggeworfen. Bei keineswegs wenigen Fällen liegt es aber leider auch völlig auf der Hand, dass diese Menschen nie mehr eine echte Chance auf dem richtigen Arbeitsmarkt haben werden. Sei es wegen Alter, Krankheit, fehlender Intelligenz, nicht vorhandener Ausbildung oder Berufserfahrung, oft auch einer Kombination aus mehreren dieser Faktoren. Auch andere Vermittlungshemmnisse können hineinspielen. Beispiel, ein älterer Herr, noch gar nicht so lange in Deutschland, motiviert aber mit noch geringen Sprachkenntnissen. Bis er soweit ist, B1, B2 oder besser spricht, ist er endgültig zu alt. Da nutzt auch die noch nicht anerkannte Qualifikation aus dem Herkunftsland nichts mehr. Drei Stunden leichte Arbeit täglich theoretisch möglich ansonsten gibt es keine Zugangskriterien für Hals 4. Sanktionsgründe Einige Beispiele Nicht erscheinen zum Gesprächstermin Diese Termine dienen in aller Regel nur dem Nachweis der Kontaktdichte für den Sachbearbeiter. Versendet werden die Einladungen mit normaler Post Manchmal werde bei solchen Terminen auch Meist sinnfreie Maßnahmen angeordnet Nicht antreten oder schuldhafter Abbruch einer Maßnahme Hierzu gehören auch PEC-Anfängerkurse für EDV-Experten mit Abschluss Das dritte Bewerbungstraining in Folge Spaziergangskurse Individuell völlig unpassende Qualifizierungen Maßnahmen Ein halbes Jahr vor Renteneintritt Grundsicherung Überfordernde Kurse Unterfordernde Kurse Und vieles mehr Auch wirklich schwarze Schafe Mit unzumutbaren Bedingungen gibt es genug Ich spreche aus Erfahrung Eingekauft wird derlei vom praxisfernen Einkaufszentrum der Jobcenter Zeitlich ist der Zuweisungsrahmen oft arg knapp Und das einzige Ziel ist es Dass die Menschen in diesem Zeitraum aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden Nicht Rechtzeitige Vorlage von Unterlagen Bekanntlich muss man sich ja vollständig nackig machen Hinsichtlich jedweder Einnahme Vermögen Zuwendungen Etc Und das nicht nur einmal am Anfang Sondern immer wieder Läuft da etwas schief Ich kann ja nur vorlegen Was ich auch habe Und es gibt ja auch tatsächlich Menschen Die einmal etwas verlieren Sanktion Vorlage von zu wenigen Bewerbungen Egal wie sinnlos Egal Ob man sich im Monat vorher schon überall beworben hatte Für die wenigen cleveren Betrüger leicht zu umgehen Stichwort Kopierer Stellt dies für resigniert depressive Für verzweifelt zornige und für etwas unbedarfte Menschen oft genug ein Problem dar Die Folge ist immer gleich Sanktion Unerlaubte OAW Ortsabwesenheit Der auf vorherigen Antrag mögliche Urlaubsanspruch für ALG 2 Leistungsberechtigte beträgt 21 Kalendertage Gesetzlicher Urlaub sonst 24 Tage Er ist nicht übertragbar ins nächste Jahr Sonderurlaube Zum Beispiel bei Todesfällen von Verwandten sind nicht vorgesehen Die Genehmigung ist im Gutdünken des Sachbearbeiters Erklärt dieser Er habe in dem Zeitraum mit dem Betroffenen etwas vor Kann er den Antrag ablehnen Egal wie sinnvoll das ist Wer da also überzieht Oder vergisst die drei Tage bei Tante Elfriede zwei Orte weiter zu beantragen Sanktion Soweit einige Beispiele für unser glorreiches In Wahrheit sinnlos gängelndes Unwürdiges und auch absolut nicht effektives System Die Opfer sind zu Tätern gemacht worden Das ist falsch Das ist frech Das ist extrem ungerecht Muss man diese Menschen zusätzlich demütigen? Offensichtlich leider ja Und das muss ein Ende haben Früher Bis Ende 2004 Gab es ALG 1 und ALHI Das waren in der Tat Versicherungsleistungen Und dann gab es noch die Sozialhilfe Anstelle dessen trat mit Beginn 2005 das ALG 2 Volkstümlich Hals 4 Auf Grundlage des neuen SGB II Welches das BSHG Und das ALHI Ersetzte Waren früher individuelle Kürzungen um 25% Maximal 30% möglich Geht es heute bis zu 100% Und dies mit standardisierter Laufdauer Theoretisch kann man dann Lebensmittelgutscheine beantragen In geringer Höhe Ja Wenn nicht Vergessen Wird Einen darüber aufzuklären Wenn man körperlich Geistig Seelisch in der Lage ist Das zu verstehen und zu tun Mit denen man nicht alles und nicht in jedem Geschäft kaufen kann Die BG Bedarfsgemeinschaft Ist mitbetroffen Die Diskriminierung und Stigmatisierung in der Öffentlichkeit ist unerträglich Zu Beginn des Jahres 2005 wurde der Sozialstaat in diesem Punkt abgeschafft Es reicht in einem reichen Land dieser Erde nicht mehr, in Not und bedürftig zu sein Menschlichkeit und Hilfe werden nicht mehr zugesichert Man muss auch gehorsam zeigen Egal wie sinnvoll die jeweiligen Anweisungen sind Ich verbleibe mit respektvollen Grüßen Burkhardtumbub Markister Artyom der Erziehungswissenschaft Nebenfächer Psychologie und Soziologie Diplom Sozialarbeiter FH Staatlich anerkannte Erzieher Ehrenamtlicher Suchtkrankenhelfer Ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer Hals 4 Aktivist